It's your boy, Skinny P.E. Hello Team. Hello. 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 Wir haben ein Japaner. Sehr schönes Team. Meine Damen und Herren, ihr wisst ja Bescheid. Aktuell gibt es ein Knife-Gibaway auf Twitch. Es lohnt sich also, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut. In die Streams reinzuschauen. Der Stream ist jetzt gleich um 18 Uhr. Also kommt dazu. Und auf YouTube gibt es gerade die AK-47 Neon Revolution im Giveaway. Wer nicht weiß, wie man da mitmachen kann, das Video von gestern erklärt es. Ist unter anderem auch eine kleine AWP. Wackshot-Montage von mir. Kann man sich mal reinziehen. Gut, wir haben die Nase poliert bekommen. Jetzt geht's los. Komm, das war eben nicht ernst gemeint. Ich muss mich auch so mittelsputen. Es ist gleich 15 Uhr. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier kann ich nicht arg viel Bearbeitung reinstecken. Es war etwas schöner, als ich keine Vorlesung hatte. Das sieht doch ganz nach A aus, aber heftig. Hallo. Bo. Da muss ich nicht ausstrengen, mein Dänder. Da muss ich mein Bestes wieder ausstrengen, meine Herren. Sobald ich sterbe, zeige ich euch nochmal das Knife, das es aktuell gerade gibt im Stream. Ist übrigens für jeden möglich, da zu gewinnen. Man muss kein Abonnent sein. Das geht an alle raus, an alle Bangert, an alle Bangertessen. Kann mich vielleicht kurz jemand umbringen, dass ich das Knife zeigen kann? Hallo? Okay, sieht nach A aus. Ich weiß nicht. Soll ich hin? Wir sagen aber auch nichts. Soll ich es jetzt riechen oder was? Ruft mich halt, Kinders. Ruft mich doch, wenn der da Baba brach. Naja. Ich erwarte natürlich schon, dass man halt sagt, ob sie das gerade rusht oder nicht. Da wären wir wieder bei dem leidigen Thema des Callens. Der Kommunikation, die nicht stattfindet. Und ich frag's sogar zweimal noch. Wie sieht's aus mit dem A? Braucht ihr Hilfe? Soll ich rotieren? Wir machen ja gerade einen kleinen Boost. Ich hab der Japaner und der Daichi, die werden sich gut verwehren. Ist doch nie im Leben, ah, oder? Nie im Leben. Ich hör mir jetzt schnell die AK vor. Oh mein Gott. Au. Au. One is bank. One is bank behind. Der Gauner ist unten schon durchgegangen. Schade. Schade. Ich hab echt auf die AK gehofft. So ein bisschen mehr Timing für uns oder für mich. In dem Fall wäre nett gewesen. Übrigens, heute ist auch das 99 Liga Spiel im Stream. Nach den letzten haarigen Internetproblemen, die ich da bei dem 99 Stream hatte, oder bei dem Spiel, durch den Stream, hab ich mir eigentlich vorgenommen, ähm, nach einem kleinen Test, äh, bei dem ich schaue, ob ich eben das jetzt, oh, schnell, fang mal an zu defusen, bist du von einem Zentimeter weiter weg? Oh. Achso, er hat kein defuse. Oh, nein. Da hab ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich das Spiel nicht streame, wenn ich solche, äh, äh, solche große Probleme halt hab mit der, äh, Leitung, beziehungsweise mit dem Server. Unser erstes Ligaspiel war ganz in Ordnung, da war der Server wirklich vollkommen nice, aber der letzte Server war halt wirklich der, ähm, Server des Grauens, ja? Und wenn du da dann vorbelastet bist durch den Stream, dann ist, äh, wird's schwierig. Und darum wollte ich jetzt Stream eigentlich auslassen dann, ne? Aber da heute eh Stream ist, lass ich den, äh, natürlich nicht aus den Stream. Ja, also, ich unterbreche nicht. Ich hoffe einfach drauf, dass wir heute einen gescheiten Server bekommen. Das wäre, wäre wünschenswert. What? Oh! Man kann den Server ja eigentlich auch, ähm, ähm, anprangern, beziehungsweise man kann sagen, man möchte ein Rematch weiter... Oh, das zieht auch durch ein bisschen. Man kann den Server auch anprangern und Rematch fordern. Oh, meine Güte. Aber es ist halt auch eine Mischung bei mir aus, äh, einem schlechten Server, der von der Liga gestellt wird und, na, nicht so gut ein Connection, weil ich ja noch am Stream bin. Und da bin ich dann zur Hälfte selbst mit Schuld und somit wollte ich da auch keinen Fass aufmachen bei der ganzen Geschichte, obwohl auch unsere Leute, die nichts gestreamt haben, äh, gesagt haben, dass die Connection echt schlecht ist. Aber ja, ich kann das dann von mir zumindest nicht abhängig machen, ne? Das ist, weil es bei mir geleckt hat, ich hab ja auch gestreamt. Das Spiel wird um 19.15 Uhr, 19.25 Uhr, glaub ich, beginnen. Um 19.10 Uhr ist Map-Vote. Nein, 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 oh, one hit. Nice. Okay, perfekt, ich hab ne... Ich hab mir Dinger am Start. Ich bin natürlich jetzt schon gespannt, wie das Spiel heute Abend ablaufen wird. Wir bräuchten mal wieder einen Win. Wir haben jetzt erst einen, also wir haben erst zwei Runden gewonnen und vier schon verloren. Deswegen sollten wir langsam mal wieder einen Sieg einfahren. Wie lang? Mit Helden, Big? Ich schaue das auf. Wie ist das on the spot, ne? On the spot is down. Maybe they rotating. Oh, ich behalte mich. Die ist behalte mich. Da haben sie wirklich schick gesplittet. Oh, 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 8 AP, komm, das macht er. Nice try. At least two and B-Shot. Oh, die ballern da hinten durch. Guck mal, warum verschiebt denn jetzt Purple auf A? Wir haben es doch im Griff. Hallo? Siehst du mich alleine, der Dumboz? Guck mal, die lieben, die machen doch alle platt. Einmal auch noch ein B, guys. Purple kommt jetzt wieder. So. Jetzt kommt der direkte Purple. Kann ich hier noch Kills, Claudio, irgendwo? Obwohl wir auf LE sind, ist diese Mentalität, diese... Ähm, da wird was gekillt, da renne ich jetzt schnell hin. Um auch noch was zu holen. Anstatt einfach aus seinem Arsch sitzen zu bleiben und zu, äh, ja, kontrollieren. Es sind schon kleine, aber feine Gauner. Immerhin ist keiner am rumnörgeln oder so, ne? Also, äh, Pilple Green, nee. Wir haben auch niemanden dabei, der durchgehend rusht und so weiter. Also, da bin ich zufrieden. Holy shit, holy shit. Komm, drei gegen ein, locker. Jungs. Ja, Bombe ist down by Green. So. Trotzdem echt magere Rundenzahl, oder? Also, selbst wenn wir jetzt hier alle Runden holen, wird es, glaube ich, bei Tee schweineschwer. Mein Assi noch bekommen. Sehr schön. Kein Plan, wo der gekillt wurde, weil ich nirgends von der Leiche sehe. Aber es wäre doch richtig gewesen, so sein. Ah, der hat die da unten in der Tür wahrscheinlich gekillt. So. Wie lange wollen? Der hustelt ja ab, nochmal rein. Ich habe mir gestern ein Video angeschaut, wie hoch, wie stark, wie extrem die Unterschiede sind zwischen einem, äh, Profispieler und den normalen Spielern. Beziehungsweise, äh, in dem Video wurde als Vergleich ein Goldnova genommen. Verglichen mit Trilux als, äh, Casual, äh, Profi. Und dann, äh, verglichen wiederum mit einem richtigen, also mit einem, mit einem, äh, Hardcore. So, äh, Spieler. Das war so diese Abstufung. Also halt low, mid und extreme. Und diese Unterschiede waren vor allem, was das hier angeht. Dieses, ähm, draufsteppen und auch direkt halt auf die richtigen Positionen, ähm. Die waren, ähm, die waren fatal. Aha. Okay, I'm behind him. I'm coming. I'm watching behind, shit. Ich dachte, ich kann ihm von hinten nudeln, aber immerhin. Oh, nein. Nein, vier. Wo man kann sagen, immerhin habe ich hier etwas low geschossen. Die beiden Kollegen, wir werden es wohl, äh, hinbekommen. Und er mit 4 AP, er macht auch noch auf sie aufmerksam, indem er einfach in die Smoke reinschießt. Es braucht eine Nade zu kommen und er ist hinüber. Das ist auch unser Mann hier, der, äh, die dicken Kills ranholt. Ich hoffe, er holt jetzt auch noch einen ran. Er hat keinen Diffuse, also, die Klemme müsste ihm so ein bisschen gehen hinten rum. Guck mal, wie er gelegt hat. Ganz offen. Also entweder, äh, äh, ja. Entweder hü oder hot. Jetzt wird es schon ganz fürchterlich eng. Mit ohne Diffuse. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Aber was machen wir jetzt, Männer? Du, okay. Oh, ich hätte nur noch abdrücken müssen. Jetzt habe ich halt no cash, ne? Also ich hoffe echt, dass es später im Stream deutlich besser läuft heute. Deutlich besser. Also was heißt nachher im Stream? Gleich im Stream. 18 Uhr geht's los. Das Video erscheint höchstwahrscheinlich viertel vor sechs. Mein Kopf holt euch schnell die Bombe und dann zack, zack. Langsam sollte das Schillen beendet sein. Ich muss da ran. Das war gerade mal lecky. Einfach alles rausholen, was geht. Punkte holen und so weiter und so fort. Dass der Loose zumindest nicht so hart reindrückt. Motivational Speech ist bei mir Hauptfach. Ach du, shoot. Wobei ich jetzt auch keinen Bock habe, das auszuspielen. Weil wenn ich auf die Uhr schaue, habe ich eigentlich keine Zeit dafür. Ich muss jetzt langsam in die Bearbeitung reinkommen. Also Jungs, verlieren bitte. Dankeschön. Langsam aber sicher die Verlierung hochfahren. So, na also. Komm, du auch noch. Zack, Deckel drauf. Na also. So Leute, wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Bye.